hallöchen und herzlich willkommen zurück hier im nexus ja leute ich hoffe ihr verzeiht mir aber die heutige folge ist tatsächlich mal ohne facecam mir geht es heute einfach nicht so gut und deswegen fühle ich mich halt nicht wohl vor der kamera bin heute nicht so fit habe mir eben das schmerz tablette reingeworfen und wollte es halt trotzdem die folge gerne bringen und aufnehmen deswegen hoffe ich dass er dann mein klein zu drückt und wird es dann vielleicht trotzdem ein bisschen glück haben und endlich mal dieses level hierhin kriegen und mit wir meine ich natürlich wie immer mich denn ich bin die unfähige hier bei uns so wir schauen mal wir sind schon um einiges weitergekommen aber mir fehlt noch so ein bisschen die allgemeine orientierung hier aber schaut mal hier ist jetzt ein anderes monster ist jetzt so ein stehender können ja mal vorbei rennen lassen beim letzten mal waren wir hier so hingen wir hier ein bisschen fest ist hier noch diese riesige kröte er kommt hier einfach ruhig entschuldigung erwartet dass er uns hier treffen kann die haben wir aus dem weg nice hier war aber zu nah war nicht dass das problem allein ich höre aber irgendwo schritte aber das ist okay die kröte ist da drüben das ist doch schon mal nett da hängt auch einer noch im wasser rum der soll da mal bleiben ja also die orientierung fällt mir hier tatsächlich ein bisschen schwer unsere mentale gesundheit ist gerade auch nicht mehr so toll ich habe das gefühl diese dinge da im hintergrund seht ihr das sie weisen uns den weg ah die kröte ist gekommen na gut jetzt konnte ich nicht ausweichen weil ich die dinge beschworen habe entschuldigung oh die explodiert ja okay das ding braucht die salbeifackel und salz haben wir natürlich keins okay ausweichen unser kumpel hier wir machen das jetzt diesmal ganz vorsichtig aber wir haben nichts um uns zu beruhigen und scheiße dann gehen wir auch nach weil wir werden gleich lange äh gleich können wir nicht mehr kämpfen weil wir erst verdammt eine panik abgekriegen genau das dadurch dass man hier konstant äh psychische gesundheit abgezogen kriegt aber hier bumm sind wir dann wieder voll ja dadurch ist es hier tatsächlich ein bisschen schwierig zu managen aber die körperliche gesundheit wird nicht voll sehe ich das ist ganz schön scheiße das hatten wir schon mal gelesen ich meine das hatten wir schon wir waren ja schon in diesem ähm absatz aber den sollten wir jetzt auf jeden fall hin kriegen der ist ja schon fast hin über so bumm also gerade kommen wir ganz gut durch nur unsere mentale gesundheit ist so ein bisschen das problem und wir haben immer noch keinen schlüssel gefunden ne okay und das meinte ich nämlich mit äh ich bin hier noch so ein bisschen orientierungslos aber hier sind wir auch schon beim letzten mal durch was war denn hier mit das mal alles einsammeln was wir haben können und mal ein paar sachen vielleicht noch herstellen okay wir konnten von jedem mal noch eins machen 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 wir mal ätherisches öl und der starb würde ich sagen also als kombo äh so hier waren wir auch schon und ich weiß nicht so genau ok ok so einer nochmal ok ja der ist mir ein bisschen zu aggro haben wir auch mal ne pause um einen anzug zu halten ja jetzt ok 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 Also, ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir hier halt auch schon waren, wisst ihr? Und wer schlafen Sie denn da eigentlich rum? Ich höre ja doch die ganze Zeit einen rumtreten. Ah, das ist die Riesenkröte. Die können wir natürlich nochmal besiegen. Hier ist halt auch Ingwer. Ich hätte schon gerne Ingwer hier. Ist es Riesenkrötenzeit? Ich glaube, es ist Riesenkrötenzeit. Wir haben nur Salz. Okay, let's go. Das habe ich auch so wie den Ingwer gegessen. Das wollte ich gar nicht. Dass der jetzt auch noch kommt, ist ein bisschen unglücklich, finde ich. Machen wir mal noch den hier und mal nochmal so ein paar Dinger raus. Das habe ich schon wieder. Ich verdruchte mich leider die ganze Zeit ein bisschen hier. Okay, wir haben aber eigentlich schon gesiegt. Oh, ich bin quasi tot. Ich bin quasi tot. Das ist gar nicht gut. Aber die eben auch, ne? Und wir haben ein bisschen gesundheitlich wieder regeneriert. Machen wir ihn fertig? Ja, okay. Unsere Kuhfähigkeit hier, unsere kleinen Qualen, die sind tatsächlich sehr praktisch. Ich habe das Gefühl, dass das Game so super laut ist. Vielleicht muss ich das mal ein bisschen in der Nachbearbeitung ein bisschen unterregeln. Ja, also ich sage mal, körperliche Gesundheit wäre cool, wenn die sich noch ein bisschen regenerieren würde ab und zu. So, das Problem ist, hier waren wir halt schon überall. Ich weiß gar nicht, wo wir den Schlüssel herkriegen sollen, den wir für dieses eine Schloss da brauchen. Also entweder ich habe mich irgendwo super verlaufen oder ich habe mich irgendwo super verlaufen. Also, ich würde gerne ein bisschen mehr Feueröl finden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich kann mir mal eins wiederherstellen. Äh, hi, Kumpel. Oh, wir haben nicht genug. Oh, äh. Ah, da, oh, das ist nicht gut. Das ist gar... Nein. Ah, ich ärgere mich so. Ich war eingekeilt zwischen denen. Ich konnte nicht ausweichen. Oh, dieses DLC macht mich fertig. Aber wir wissen jetzt immer, in welchen Regionen der Schlüssel nicht ist. Das ist ja gut zu wissen. Nicht verschwenden. Oh. Da kommt man nicht so leicht ran. Guck mal, die haben schon so Mitleid mit uns. Schaden lädt, bis du triffst. Keine Ahnung, was das ist, aber wir rösten es mal aus. Die haben jetzt schon Mitleid mit uns und geben uns den guten Stuff, Leute. Nee, also, äh, mein Problem ist gerade ein bisschen echt meine Orientierung. Weil ich weiß wirklich nicht, wo wir diesen verdammten Schlüssel finden sollen. Ich will ja jetzt endlich mal weiterkommen, aber es klappt halt einfach nicht. Wir warten jetzt einfach mal, bis die halt weitergehen, na? Ja, gib uns unsere mentale Gesundheit. Wir sollen jetzt mal weiterziehen. Also, hier links rum zu gehen, bringt uns gar nichts. Weil dann stehen wir nur vor verschlossenen Türen. Ich würde so gern hier mit dieser Leiter weiterkommen, na? Wir werden gleich wahrscheinlich gegen den Blauen kämpfen müssen. Aber wir können mal das hier wirklich probieren. Hier kann man auch nichts machen, na? Ich dachte vielleicht mit den... Nee, das werden wir von oben machen müssen. Okay, wir gehen jetzt aber auf ihn. Let's go! Hier, nimm mein Schwert! Das ist wahrscheinlich bei ihm verschwendet, na? Aber ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das sieht dann sehr cool aus. Das hat zwar wahrscheinlich auch nicht so eine gute Haltbarkeit, aber wir können es uns mal noch ein bisschen aufbewahren. Aber wir sterben jetzt eh wieder in einer Sekunde. Na, du Drecksau hier. Oh, ich hasse die hier. Oh, geh weg. Vielleicht sollte ich auch mal andere Abilities einsetzen, aber ich finde diese Quallen so praktisch. So, das Problem ist, hier springen wir ja auch einfach nur runter. Ich weiß wirklich nicht, wo wir diesen Schlüssel finden sollen. Aber wir werden auch gleich schon wieder verrückt. Wisst ihr? Wir sind jetzt ja gleich wieder komplett im Kreis gegangen. Ich meine, wir können mal in den Raum hier noch rein. Das war die Riesenkröte hier am Start, aber wir gehen jetzt mal einfach kurz hier durch. Und hier rein. Der war ja auch nicht hier, ne? Hm. Wo soll der denn sein? Oder meint ihr, der ist in einem anderen Tunnel? Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Denn man muss sie ja alle machen können. Wo soll das Ding denn sein? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Also ganz komische Geschichte. Vielleicht muss ich das auch mal nachgucken. Ihr würdet mir ja sagen, wenn ihr unterwegs den Schlüssel seht, ne? Wir machen mal die Kröter. Ich glaube, du brauchtest das hier, ne? Ja. 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 Ach komm, ich wollte gerade sagen, die ist doch quasi tot. Und du natürlich wieder. Ich glaube, der Viecher geht mir so auf den Senkel. Noch einer. Oh, die Klingel, die ist schon nicht schlecht. Muss man sagen. So, wir nehmen mal hier so einen. Ah, ich dachte kurz, wir können da hingehen. Das sah so aus, als würde es leuchten. Ähm. Jetzt mal ganz ehrlich, wir waren doch jetzt überall schon, oder? Wie seht ihr das? Wir werfen uns direkt ein. Ich glaube, jetzt sind wir jede Strecke einmal durch. Ich meine, wir sehen spätestens dann, wenn wir keine Gegner mehr haben, ne? Aber wir verlieren halt konstant Gesundheit. Das ist halt bad. Oh mein Gott. Juhu, er steckt mich doch nicht so. Oh Gott, noch einer. Oh, ich bin wieder eingekassert. Jetzt bräuchte ich ganz dringend die Ability. Oh, wow. Ich werde mich ein bisschen erschrocken, sei jetzt ganz ehrlich. Oh, ist das wieder ein Ingwer? Okay, sehr gut. Also dieser Durchlauf ist gerade ganz nice, weil wir haben schon viele Gegner jetzt fertig gemacht. Aber hier waren wir jetzt ja überall schon. Ich weiß halt nur nicht, wo dieser vom Rindseite Schlüssel sein soll. Oder muss man vielleicht... Wir hören hier Bienen. Oh ja, hier. Nee, warte. Hier ist ja die Tür wieder. Wir machen mal kurz hier einen Abstecher. Dann können wir uns nämlich einmal wieder voll machen. Sehr gut. Hier würde es halt Sinn machen, wenn der hier irgendwo wäre. Und wo kommen die Bienen her? Die Bienen erinnern mich an unsere Schwester, das Bienengeräusch. Hier, Schlüssel. Komm. Du musst hier irgendwo rumliegen. Da hatten wir schon. Meinst du, man muss alle Gegner in dem Gebiet besiegen, damit es dann irgendwie weitergeht? Ich hätte so gern mehr hiervon. Die Klinge, die war echt gut. Okay, wir gehen mal mit Feuerpeitsche und Feueröl. Irgendwie frisch jetzt. Oh, du bist aber auch hier. Okay, jetzt mal abhauen. Abhauen. So, den hier mal machen. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich hasse die zum Vergrabe putzen. Ich muss aufpassen, wir haben ja mehr viel AP und wenn der mich jetzt schnappt, genau, dann haben wir ein richtiges Problem. Das Problem ist, gegen den kann ich so schlecht falten, weil ich den nicht so ganz verstanden habe beim letzten Mal. Musste man den nicht auch irgendwie mit Gas abwerten oder so? Der hat mir richtig Probleme bereitet. Ah, wir haben nur noch das. So, und jetzt? Komm, nee! Okay, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Chill, chill, chill. Alles gut, alles gut. Lücken. Lücken. Und hier rein. Und einmal kurz. Ey, wir haben jetzt aber, glaube ich, alle Monster hier besiegt. Ne? So erfolgreich waren wir hier noch nicht. Aber halt immer noch keine Ahnung, wo wir jetzt den Schlüssel herkriegen. Ich hätte gern was zum Heilen. Das serviert mich halt sehr. Also wir müssen ja irgendwie an diese Treppe da kommen, wisst ihr? Also hier diese Tür, das Zeichen, das sagt, dass wir müssen hier weiter. Und dann sind wir halt gleich wieder an dieser Tür und haben keine Möglichkeit, das Schloss zu öffnen. Gute Sachen, die wir hier finden. So. Du bist unser Problem. Oder können wir dich irgendwie... Nee. Auf der Karte stand ja auch nicht irgendwie, wo wir zuerst hin müssen, oder? Aber das wäre ja auch dann Unsinn, wenn wir dann in die anderen Gebiete können. Karteninformationen verbergen. Also Gesundheit nimmt gerade wieder ab. Wir können aber hier zum Glück jederzeit in den Raum zurück. Deswegen gucke ich mich jetzt gerade vorher mal hier noch ein bisschen um. Da vorne hatten wir auch nochmal einen Kreis, wo wir in das Gebiet kommen. Wahrscheinlich übersehe ich einfach hier so einen Seiteneingang oder sowas, ne? Oh, das ist wichtig hier. Sehr wichtig. Ein bisschen Gesundheit. Okay. Ich meine, wir hatten hier das Fenster noch. Aber hier war, glaube ich, auch nichts hinter, ne? Wir hatten hier diese Truhe. Aber hier kommen wir auch überall nicht weiter. Okay. Auch komisches Fenster dann. Ah, dich haben wir hier noch. Vielleicht bist du das Problem. Oh, ich hatte noch das ausgerüstet. Ich wollte eigentlich hier unsere Dinger auch weit haben. Okay, wir gehen nochmal in den Anfangskreis kurz. Als Päuschen, würde ich sagen. Ich finde, den Akkulin ist ordentlich ein Prismas. Hey, aber das ist ein Update, oder? Heißt das, das war richtig, alle Gegner zu besiegen? Haben wir jetzt Fortschritt gemacht? Ist es wirklich das dann gewesen? Wir nehmen mal kurz hier noch mit, was hier noch wächst. Weil vielleicht... Vielleicht war es das dann. Wir gehen jetzt mal und gucken, ob die Tür auf ist. Sind auf jeden Fall auch ganz gut mit Sachen eingedeckt. Na, nicht so, wie es ideal wäre. Aber besser als nichts, ne? Folgen wir mal den Weg. Tanken nochmal kurz hier unsere Geisteskraft auf. Na, es hat leider immer noch das Schloss dran. Haben wir denn einen Schlüssel oder so bekommen? Immer noch nicht. Bin ein bisschen verwirrt. Fähigkeiten. Blaus Prisma, Stasis, grünes Pisma. Genau. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind im Schwarm gerade drin, oder? Kann das sein? Upgrades. Oh, Upgrades. Können wir schon was Gutes upgraden? Wir haben vier Dinger. Ich sag mal, Geist, also Psyche, wäre, glaube ich, gerade hier sehr wichtig. Weil wir ja konstant welche verlieren. Deswegen machen wir die jetzt erstmal hoch. So, Forschung. Brauanleitung. Hier haben wir die Karte. Genau, wir sind ins Grüne hier gegangen, ne? Gloom Eye. Blood, würde ich sagen. Aber ich sehe jetzt nicht, warum wir in irgendeinen zuerst sollten. Oder hat das was mit den Zeichen zu tun? Ah, nee. Warte mal. Wir haben doch hier das Zeichen überall. Wir sind in dem drin? Gott, ich bin so verwirrt. Sind wir dann in Orange? Aber der Eingang sah so grün aus. Oh Gott, Leute. Ich verstehe den DLC nicht. Ich bin zu blöd für den DLC. Ich glaube, ich muss mir hier mal Sachen durchlesen. Kann ich das hier nicht einfach kaputt hauen? Was ist das Scheiße? Finde den Akolyten des orangenen Prismas. Der Akolyt. Warum ist die Tür verriegelt, Mann? Ich muss da doch safe hin. Komm ich hier noch an. Also, ich weiß ehrlich nicht, wie man sich hier orientieren soll. Es ist furchtbar. Ich laufe jetzt weiter im Kreis rum. Meint ihr, die Gegner spawnen nach? Ich wollte gerade sagen, Froggy hatten wir schon besiegt, ne? Ah, warte, hier sind wir... Warte, sind wir hier noch nicht? Oh mein Gott, wir sind hier noch nie gewesen. Darf ich nicht so lange rumstehen? Oh mein Gott, das ist die andere Seite von der Tür. Ich bin so blöd. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit verlaufen. Oh, come on. Oh, ich stelle mich so blöd an. Ja, da haben wir den. Scheiße, wie habe ich das die ganze Zeit übersehen? Ich bin hier schon 50 Mal durchgelaufen und gestorben. Scheiße. Oh Mann. Okay, jetzt können wir aber weiter. Das ist die gute Nachricht. Let's go. Meint ihr, kommt jetzt ein Bossfight oder sowas? Auf jeden Fall haben wir jetzt die Abkürzung frei. Das heißt, erst wenn wir jetzt sterben, haben wir immer die Abkürzung freigeschaltet. So. Ich stelle hier mal so ein bisschen her, was noch geht. Ist gar nicht mal so viel. Oh, ich hätte so gern noch so ein Messer. Das Messer war so geil. Okay. Ich schaue mal, was uns erwartet. Wir können da oben dann wahrscheinlich die Leiter runter machen. Kommen doch vielleicht Gegner, wenn ihr so ein Kreis ist, oder? Oh, guckt mal. Oh. Reicht das schon? Ne, wir brauchen noch so ein... Wir brauchen noch eine Kerze. Oder was auch immer das ist. Nehmen wir mal Feuerpeitsche und Feueröl. Klassiker. Oh, noch ein Ingwer ist auch super wichtig. Oh, ich bin so doof. Unsere Anzeige ist so klein. Ich dachte, unsere Anzeige geht ganz rum. Ich muss sie auf jeden Fall hochskillen. Das war ja total. Jetzt verschwendet der Ingwer. Oh, ich bin so eklig. Also, der hat sich gerade ganz rum nicht bewegt, oder? Für mich ist es ein bisschen gemein, ihn als eklig zu bezeichnen, aber... Oh, wir können uns noch ein Kristall basteln. Sehr gut. Eine Nebelkoralle. Ne, für mich ist das eine Kerze. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch von dieser starken Waffe was. Was bist du? Ein Plasma-Sack. Ach, guck mal. Wurfplasma. Das hatten wir auch schon mal gefunden, aber noch nicht benutzt. Meint ihr, das ist einfach so eine Granate dann? Wisst ihr, was doch eine Granate ist? Ihr! Oh, ne, wieder so ein Ekliger. Geh weg. Ja! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Hin weg mit dir. Hinfort, Schuft. Ah. Schön. Oh. Oh, nein. Ähm, Moment. Oh, shit. Ich brauch den hier. Bei mir sind sieben E-Tips zu viele. Wie wäre es denn noch mal? Wir nehmen das hier mal. Ne, wir brauchen blau und blau. Hier. Oh, die können teleportieren. Oh, fuck. Oh, der hat mich knallhart erwischt. Hallo. Oh, wir haben aber die fast erledigt. Dich auch fast schon. Okay, okay, okay. Äh, spawn die nach, solange ich das Ding da hinmach. Ich nehme immer das blöde, falsche Teil hier. Äh, hier. Nimm mal den hier. Und mach mal das hier. Wir können das Ding beschäftigen. Und dann versuchen wir mal, das hier einzuprücken, weil das leuchtet so, oder? Oh, nee. Okay. Alles klar. Aber das geht da rein. Oh, jetzt. Okay. Wir ziehen da irgendwas raus. Nevermind. Was passiert jetzt hier? Oh. Okay. Das hat mich jetzt kurz überrascht. Ähm, okay, 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 okay. Mal einen kurzen Snack-O reinfahren. Ich habe immer, tatsächlich immer noch manchmal Probleme. Immer noch. Immer noch manchmal. Das ist ja eine Aussage, die ist ja wohl durch und durch dumm. Ich habe immer noch öfters Probleme damit, die richtigen Tasten zu drücken im Kampf. Also Tab und Q machen ja diese Räder auf. Ah, guck mal, die Abkürzung. Und ich verdrück mich da dann gerne auch mal noch mit den 1, 2, 3 Tasten, die man benutzt, um hier seine Verbrauchsgüter für Psyche, Körper und Geist zu benutzen. Aber das hier ist wichtig, die Abkürzung. Die ist super wichtig. Und jetzt geht es in einen ominösen Tunnel, wonach wahrscheinlich noch ein Boss auf uns wartet. Also ein richtiger Boss. Oh, zurückstoßen Echo, zurückstoßen Schaden, zurückstoßen Skalierung. Immer Schaden. Let's go. Okay. Oh nein, ist das. Ähm, habe ich das gerade gesagt? Oder ist das jetzt die Person, die uns damals die Fähigkeit gegeben hat? Aber es ist aufgeladen. Oh geil, wir haben den Teil hier geschafft, oder was? Nice. Dann ist das hier wirklich der Ausgang. Okay, dann war das eben der Boss. Oh Leute, wir haben einen Durchgang geschafft. Meine Güte. Ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt. Ich habe schon fast gedacht, dass es jetzt richtig peinlich wird. Ach, guck mal, diese Portale kennen wir ja noch. Die habe ich schon im Hauptspiel nicht benutzt. Ich will kein Lob von dir. Okay. Wir reden jetzt nämlich erst mal mit Kim. Dieser Vincent hat einen Fluchtplan erstellt. Ob er funktioniert? Vielleicht. Nach Monroe könnte er den Nebel wahrscheinlich besser als sonst. Zurückstoß mal die erste Fähigkeit, die wir bekommen haben, ne? Haben wir die von Kim bekommen? Oder haben wir die von, ähm, wie hieß er nochmal? Irgendwas mit Essen, ne? Kann uns das mal bitte ganz voll laden? Also auch unsere körperliche Gesundheit? Okay. Also, wir haben das Geist-Ding aufgeladen. Ich weiß ja immer noch nicht so genau, was wir hier machen sollen. Aber, da wir jetzt im Nexus sind, ist das ein sehr guter Moment, um die Folge zu beenden, weil man sonst immer wieder zum Nexus zurückgeworfen wird, wenn man während dem Durchgang aufhört. Deswegen, ein Silberstreif am Horizont. Wir haben das erste Level bewältigt von sechs. Beim nächsten Mal gibt es dann auch wahrscheinlich wieder eine Facecam, also sehr wahrscheinlich, ne? Ähm, deswegen. Danke, dass ihr hier ein Euglein zudrückt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.